Ich habe jetzt einen Nebenverdienst, da kann ich was zurücklegen. Schon mit Vorgarten, Waschmaschine, musst du nie mehr mit der Hand waschen. Dein Nebenverdienst reicht ja auch für weiter weg. Wie weit? Kaffee. Sag, schöne Frau. Ich hätte da draußen nicht geknüpfen. Ein Versuch, aber du gehst alleine rein. Heute geht an mich. Loch kannst du zurück. Wenn du da jetzt reingehst, kommst du als eine andere wieder raus. Das ist ein Überfall. Geld her! Danke. Schönen Tag noch. Eine Frau als Bankräuberin, das glaubst du nie. Geld her. Geld her! Das ganze Geld! Wie viel ist das? 43.000? Wie lange müssen Sie dafür arbeiten? Sechs Jahre. Da machen Sie was falsch! Ah, 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 es hat ihr Spaß gemacht. Sie wird wieder zuschlagen. Sie soll hübsch sein. One lady, one lady, one lady. Schneller! Capri. Mein Gott. Ich träume. Amber. Ich möchte einen Check einlösen. Und zwar den hier. Ich will raus hier. Frei sein. Und was kostet es? Frei sein. Nein. Musik